Hallo, ich bin Steffen Weinhold, Profi-Handballer beim THW Kiel und Botschafter der Klimawoche Plus. Die Klimawoche Plus bietet uns Chancen, neue Dinge auszuprobieren, praktische Lösungen kennenzulernen und vermittelt ein Bild, wie jeder Einzelne von uns Klimaschutz aktiv leben kann und dazu beitragen kann, ein besseres Morgen zu erreichen. Kommt von 16. bis 22. September vorbei. Lasst euch inspirieren, entdeckt spannende Projekte. Ich freue mich, euch zu sehen. Bis dann. Bis dann.